Hallo. Und da sind wir wieder zurück. Bei Gateways. Mal gucken. Wo muss ich denn jetzt hin? Achja, es gab ja so viele Möglichkeiten. Da oben wollte ich hin. Gut. Dann gehen wir mal da hin. Ach, das war das. Genau. Oh. Oder was ist doch hier? Ne, da oben. Also. Oh. Oh. Ich glaube, ich verwende mal Fleet Orps. Okay, es ist lösbar. Also. Probieren wir mal ein bisschen aus. Okay, jetzt war ich zu langsam. Wie soll das gehen? Hä? Wie soll ich das Portal machen? Dann. Dann. Mit dem wir es mal aus. Ich vergesse mal, welche Tasten das sind. Also links klick und dann rechts klick. Okay. Das heißt. Ach so. Ich glaube, ich weiß. Okay. Weil gerade war hier noch so ein Strahl irgendwie. Okay. Und wenn wir den... Ja, das wird gut. Okay. Und wenn wir den... Oh, scheiße. Okay. Jetzt auch mal. Also. Portal. Spiegel. Ich bin immer zu hoch. Komm schon. Oh, jetzt bin ich gegen das selber geplant. Ähm. Probieren wir es weiter aus. Oh, jetzt habe ich schon verknüpft. 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 Schon wieder verknüpft. Okay. 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 Warten, warten, warten. Oh. Gott, halt. Scheiße. Leute. Wie soll das denn klappen? So. Noch. Äh. Das war wieder nichts. Ich krieg das mit dem Spiel nicht so gut hin. Naja. So. Also. Total. Warten. Warten, 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 warten. Warten, warten, warten. 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 So. 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 Okay, ich habe noch eine Idee. Oh. Nee. Das muss anders gehen. Oh. Schade. Ähm. Nee, das funktioniert wahrscheinlich so, So, dass... Warte mal. Wenn ich jetzt nur ein Portal mache, nur so zum Test jetzt. Welche ist da leichter zu erreichen? Scheiße, das jetzt. Aber auch wieder nicht, weil man dann ja da gegen sich selber fliegt. Ich hab mich da keine Timer gestellt. Dann machen wir jetzt einfach so 10 Minuten. Also. So wäre der eine. Ich probier's einfach nochmal. Hilft ja nichts. Ich bin immer zu langsam. Hm. Okay. Aber das muss ja gehen. Okay. Oh, schau. So. Und total. Hm. hmm ja 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 Nein, am besten. Am besten. Am besten so. Sooo... Der ist schon verkackt. Also... Wieder hier durch. Okay, der ist jetzt zu hoch. Aber sonst könnte es klappen. Okay. Also. So. Sieht dazu hoch, ne? So. So. Vielleicht auch einfach. So. Oh. Okay. So, meine ich. So. Und jetzt. Hiermit. Äh. Ja, das muss schon hiermit. So. Also. Finde ich mir den mal so aus. Okay. Also. Also. So. Ach so. Okay. Ähm. Ich muss mich hier gerade konzentrieren. Ich kann nicht so viel labern. Tut mir leid. Also. So. So. Lass mal überprüfen, wie der Laser ist. So. So. Hier einfach mal Q drücken. Warten. Jetzt mal Q drücken. Und natürlich. Wieder verkacken. Also. So. Cool drücken. So. Jetzt aber. Komm schon. Scheiße. Da verliere ich immer den Winkel. nach oben. So. So. Ja. Und. Das ist hier direkt. Ja, das ist hier. Oder wie wär's denn? Wenn wir das so machen? Let's do this. Dann so. Aber könnte funktionieren. So. 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 Also, dann eben so gut rücken und... Ja, scheiße. Aber war schon gut. Also, so gut rücken. Ich häng da immer dann da fest, so. Ich probier's nochmal so. So gut rücken. Dann so gut rücken. Hm, das war schon gut. Also, so geht's auf jeden Fall. Gut, also dann... So. Erstmal schießen. Also, gut rücken. Und... Wieder Kuh und... Also. So. 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 Scheiße. Ähm. Okay. Also so. Dann so. So. Jetzt wieder. Geschafft. Endlich. Ja, endlich. Woah. Das war jetzt gut. Extra Echo. So. We can now travel back in time once more to create another fast Echo. Das heißt, wir können noch mehr machen. Also so langsam ist das schon ein richtig krasses Game. Ähm. Ähm. Wir müssen da runter. Alter. Okay. Boah. Alter. Äh. Damit sag ich tschüss und bis zum nächsten Mal. Boah.